Die Art und Weise holt er uns hier auf jeden Fall nicht. Der ist hier hinter. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. So, Leute, wir spielen heute einfach mal Fortnite in Roblox. Das hier ist einfach mal Fortnite, Leute. Es ist nicht genau das gleiche Spiel, sondern wir haben hier keinen Battle Bus, wir können nicht abspringen, sondern wir haben einfach nur quasi ein paar Waffen, wir haben Material und wir können hier bauen und wir müssen halt andere Spieler töten. Ihr seht es, wir haben jetzt zum Beispiel hier so eine wunderschöne AR-Waffe zur Auswahl und ich kann hier auch von anderen Spielern angegriffen werden. Oh mein Gott. Okay, das ist gerade ein bisschen, ein bisschen verwirrend hier. Alter, was geht hier ab? Okay, aber ich habe den AR, ich hatte ihn fast, Leute. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Fortnite spielt. Und genau, wir können auch immer wieder respawn. Das ist auch ein großer Unterschied. Wir können auch editieren, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Wir haben ein paar Waffen zur Auswahl. Also es ist eigentlich sehr, sehr lustig. Macht auf jeden Fall Spaß. Falls ihr es natürlich mal probieren wollt, ist in der Beschreibung verlinkt. Ähm, oh, kann ich ihn treffen? Nein, leider nicht. Da oben scheint einer zu sein. Ich bin auch nicht der allerbeste Fortnite-Spieler oder sowas. Ich habe das damals mal eine Zeit lang gespielt. Also, ja, ich bin jetzt nicht super schlecht, aber ich bin jetzt auch kein Profi oder sowas. Also, nur damit ihr Bescheid wisst. Ich versuche mir jetzt mal diesen Typen hier oben zu holen. Oh ja, der erste. Oh, nein, 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 nein. Oh, und den zweiten haben wir auch noch bekommen. Sehr schön. Oh Gott, muss man ganz kurz hier erstmal zubauen. Und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo noch einen Spieler finden können. Upsala. Also, es ist auf jeden Fall vom Spielgefühl her sehr ähnlich zu Fortnite. Da kann man echt nichts sagen. Ähm, kann ich ihn jetzt irgendwie hier treffen oder so? Alter, der rennt aber auch wie. Kein zweiter. Ja, ich bin jetzt hier auch wirklich am Top des Tops. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Den konnte ich hier holen. Wir haben jetzt gerade so eine coole Boogie-Bombe am Start. Ich kann die ja mal ganz kurz hier werfen. Äh, auf welchen Slot ist sie denn? Oh, da. Ich werfe sie mal dahin. Und, bam. Leute, ihr seht einfach mal, ihr tanzt. Oh mein Gott, er fängt einfach hier an zu tanzen. Ihr habt es wahrscheinlich ein bisschen gesehen. Ähm, kann ich normal die Boogie-Bombe auf den werfen? Das war eigentlich ganz lustig. Wenn ich diese Granate auf den Spieler werfe, fangen die anderen halt an zu tanzen. Lol. Was macht der denn? Da deppt der dort. Hä? Was macht der da? Lol. Okay. Das sieht irgendwie sehr, äh, merkwürdig aus. Naja, soviel dazu. Oh, da haben wir einen Spieler. Da haben wir einen Spieler. Und. Nein, er tanzt nicht. Ich hab ihn nicht getroffen. Ich hab ihn leider nicht getroffen, Leute. Und jetzt. Oh, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, doch. Ich hab ihn. Oh mein Gott. Das war mir eine sehr klappe Angelegenheit. Was haben wir jetzt hier bekommen? Irgendwie so ein Cube. Was bringt das? Äh, lol. Wir haben einfach sofort eine Festung da mitgebaut. Wie krass sieht das denn aus? Oh. Ja, jetzt irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung. Und. Snipe ich den? Nein, ich will den snipen. Bleib stehen, Kollege. Bleib stehen. Nein, ich hab ihn nicht gesnipet. Den snipe ich jetzt. Nein, der fällt runter. Der fällt runter. Den hol ich mir jetzt. Ja, ich hab ihn getroffen. Der hat nicht mehr so viel Leben. Komm, ich geh jetzt einfach mal nach unten. Ich geh jetzt mal nach unten. Wie gesagt, wir haben verschiedenste Waffen und können die natürlich je nachdem in was für einer Situation wir sind benutzen. Komm. Jawohl. Und nochmal einen schönen Double Kill hier hingelegt. Also ohne Witz. Es macht wirklich, wirklich Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so viel Spaß haben werde in dem Spiel. Ähm. Genau. So viel dazu, Leute. Wir sehen auch oben, wie viel da wir aktuell sind. Da ist so eine kleine Rangliste noch angezeigt. Äh. Da oben haben wir einen Spieler. Ja, 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 ja. Dich holen wir, Kollege. Dich holen wir hoffentlich. Nein, dich holen wir nicht, oder was? Den holen wir doch, oder? Den holen wir doch. Natürlich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir werden von hinten abgeschossen. Von hinten werden wir abgeschossen. Ey. Nichts da. Nichts da. Nichts da. Nichts da. Nichts da. Und? Oh doch. Ich glaube, ich bin down. Ich bin down. Nein, 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 nein. Ärgerlich. Hätte jetzt aber auch nicht mehr so viel Leben. Man kann hier sogar den Waffen Skins geben. Das ist sogar auch möglich im Menü. Und, äh. Was konnte man noch machen? Man kann auch andere Waffen ausrüsten. Ich habe jetzt zum Beispiel hier diese MP ausgerüstet auf dem zweiten Slot. Da kann man theoretisch auch was anderes hin tun, wenn man eine andere Waffe zur Auswahl hat. Und, ja, da war was down. Das war mein Kill. Da stand mein Name drauf. Oh, den hole ich mir jetzt. Der war ja mal maximal lost. Man kann hier auch Level aufsteigen. Wir sehen, wir sind aktuell Level 8. Wir sind jetzt Level 8 aufgestiegen. Und den hole ich mir. Jawohl. Den habe ich mir auch geholt. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Der hat auch irgendwas gedroppt. Ich weiß jetzt nicht genau, was das hier war. Äh, wo ist der jetzt? Wo ist der jetzt? Da war einer oben. Ah, da haben wir ihn. Und jetzt hole ich mir den. Nein. Oh, ja. Ja, ich hole mir den. Der ist auch gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Nein. Ja, ich habe ihn aber bekommen. Ich habe ihn einfach mal bekommen, Leute. Let's go. Let's go. Da war noch einer. Habe ich gesehen. Da hinten auf dem Berg ist einer, ne? Komm. Ein Meter noch. Nein. Ich hätte ihn fast getroffen. Komm, jetzt. Jetzt ist er frei. Jetzt ist er frei. Nein. Ich habe ihn immer noch nicht getroffen. Aber da kommt irgendeiner. Da kommt irgendeiner. Kann ich ihn jetzt treffen? Es kann doch nicht wahr sein. Ist der Baum im Weg oder was? Ja, irgendwas muss da ja im Weg sein. Weil eigentlich müsste ich ihn doch treffen können. Das macht echt keinen Sinn für mich. Das macht echt keinen Sinn für mich. Ähm. Komm. Ich will ihn jetzt holen. Kostet, was es wolle. Kostet, was es wolle. Als ob, Alter. Treffe ich ihn nicht. Wie kann das denn sein? Alter, der muss doch drauf gehen. Wollt ihr mich veräppeln? Okay, das verstehe ich einfach nicht. Ich bin jetzt mit der Waffe. Hä? Hä? Okay, Leute. Ehrlich gesagt. Ich verstehe nicht, warum ich ihn nicht getroffen habe. Also es macht für mich keinen Sinn. Komm da raus. Komm da raus, Kollege. Ich will dich jetzt holen. Ich will dich jetzt holen. Ja, endlich. Wurde ja auch mal langsam Zeit, Freunde. Wurde ja auch wirklich langsam Zeit. So, den hole ich mir jetzt auch da unter uns. Unter uns. Hä? Wo ist der jetzt hin? Wo ist der hin? Ah, lol. Oh. Oh. Nein. Was habe ich denn gemacht? Das war echt ein bisschen los von mir. Oh, da sehen wir. Wir haben eine schallgedämpfte Pistole freigeschaltet. Aber ich möchte hier natürlich die Runde gewinnen. Deswegen kann ich euch das gleich mal nach Ende der Runde zeigen. Oh ja. Da vorne. Da vorne. Da vorne. Komm. Ja. Stehen bleiben. Oh, da oben ist noch einer. Einer ist oben. Komm. Ah. Oh. Kann ich jetzt bleiben? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Komm. Komm. Hohu uns. Hohu uns. Ja. Ja, 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 ja. Moment. Wollte er down sein. Sehr schön. Sehr schön. Da oben. Der will mich immer noch snipen. Das sehe ich. Nein. Meine Sniper ist leer. Meine Sniper ist jetzt nicht einfach mal leer. Oh. Da haben wir ihn einfach mal gesnipet. Sehr schön. Da stand zwar wie so ein Bot herum. Aber gesnipet ist natürlich gesnipet. Oh. Den habe ich nicht getroffen. Schade. Schade. Oh. Da werde ich abgeschossen. Oh. Da. Die bekämpfen sich da. Die bekämpfen sich da. Und den habe ich aber abgestaubt. Den habe ich abgestaubt. Und den habe ich auch noch geholt. Double Kill. Und. Habe ich noch einen Kill? Nein. Von wo? Von wo? Von hinten einfach mal. Von hinten. Kollege. Ist aber nicht so korrekt von dir. Ach. Es gibt sogar so Jump Pets. Lol. Es gibt sogar so Jump Pets. Moment. Das will ich mal probieren. Das will ich mal probieren. So. Und. Bam. Bam. Lol. Es gibt einfach so Jump Pets. Das wusste ich gar nicht. Wie krass ist das denn? So. Kann ich jetzt hier so vielleicht einen snipen? Komm. Den hole ich mir jetzt. Na. Der will mich mit der Shotgun holen. Ja. Er will mich einfach holen. Auf die Art und Weise. Aber nix da. Kollege. Auf die Art und Weise holt er uns hier auf jeden Fall nicht. Der ist hier unter. Nein. Nein. Oh. 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 Okay. Knappe Angelegenheit. Knappe Angelegenheit. Aber. Der hat uns nicht geholt. Der hat uns nicht geholt. So. Shotgun. Wechsel mal ganz kurz. Äh. Wo ist der denn hier? Ach. Der ist da unten. Der ist einfach mal da unten. Hä? Der springt einfach runter. Lol. Der ist einfach in Fallschaden gestorben. Der hatte keinen Bock mehr. Oder was? Auf jeden Fall gar keinen Sinn. Ah. Der hat noch ganz viele. Ganz wenig Leben muss er haben. Ganz wenig Leben. Ist da jemand? Ne. Da ist keiner. Ich dachte schon da ist einer. Ah. Kollege. Oh. Da kam ein Schuss ab. Da habe ich einen Schuss abbekommen. Oh. Jetzt bin ich gestorben. Jetzt bin ich gestorben. Aber. Wir haben einfach mal gewonnen. Wir wurden erst in dieser Runde 20 Kills und dreimal gestorben. Kann sich denke ich sehen lassen Freunde. Genau. Das hier ist nochmal das Hauptmenü. Hier seht ihr auch. Können wir unsere Sachen ausrüsten und so weiter. Sogar hier haben wir ein paar Skins am Start. Was ganz interessant ist. Aber ich habe keine Skins. Deswegen geht das natürlich nicht. Ja Leute. Das war Fortnite. Roblox. Roblox. Fortnite. Wie man es nennen möchte. Lasst einen Like da. Lasst ein Abo da für mehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao. Copyan. happend. 米.